Ich würde auch vorschlagen, dass wir ab nächster Runde, weißt du immer, das Team mit Vorschlag, muss dann als erstes den Vorschlag ausführen, aus Fairness, dass wir ab nächster Runde uns zusammen verstecken, also was weiß ich, umkreis von so, keine Ahnung, paar Metern, weil die Karte ist einfach zu groß, weißt du, die können drei Leute gar nicht absuchen, richtig, und es gibt so viele gute Verstecke. Ja, findest du? Ja, auf jeden Fall, ich hatte keine Chance von Anfang an, die Karte ist halt nicht einfach, boah, das kotzt mich an, dieses Spiel, das Spiel, hey. Scheiße, seid ihr dumm, selbst mein Chinese lacht euch aus, Nils, das hast du gemacht, du bist viel zu laut, selbst mein Chinesensklave lacht euch aus, während er gerade Kleider näht. Ja, stimmt, ich entschuldige mich, ich entschuldige mich, außerordentlich. Ich muss mal wieder hier Maximum Vorurteile. Ich entschuldige mich, außerordentlich, ey, Tatsache. Ich hab ein neues Versteck. Also, Peppy, ich bin sehr enttäuscht von dir. Du kannst nicht unterscheiden zwischen Chinesen und Indern, okay? Ey. Ich höre Hunde, was ist los? Jungs, sagt euch mal. Aber neun Hunde taunt, oder ist das Standard auf der Karte? Das ist auf der Karte Standard. Sagt euch jetzt mal, wie das Objekt, was ich heiße auf Chinesisch, was ich bin auf Chinesisch. Das bringt mir überhaupt nichts, lass das mal. Ich glaube, da hat jemand einen langen taunt. Ich glaube, da hat er dich gerade beleidigt. Ich würde ihn schlagen. Ich würde ihn gleich slappen. Ich glaube, ich habe ein neues Versteck. Ja, ich habe auch gerade ein neues Versteck gefunden, aber hier ist keiner. Ich sag's dir, jetzt stecke ich auch noch fest. Wunderbar. Bist du bei mir in der Gruppe? Ah, ne, bist du nicht. Ich dachte gerade, ey. Ach, da unten. Ja, da stehe ich auch schon fest. Call on me. Nein. Ja, was, Mann. Ich mag das, die Teil. Jetzt haben wir noch zwei Granaten. Wie soll man die denn überhaupt kriegen? Ich komme außersehen auf die Rechtsklick-Taste. Peppy, weißt du, du musst dann schon auf den Boden gucken. Also ich taunte ab einer Minute, weil mein Versteck einfach leicht ist. Es gibt kein leichtes Versteck auf der Map. Taunte durchgehen, so wie ich. Dann taunte ich durchgehen. Jo. Nico ist ein fairer Mann. Nope. Okay, hier ist es schon mal nix. Ich glaube, meine F3-Taste funktioniert nicht mehr. Doch. Aber Blackhead ist unfair, weißt du? Ich habe immer diesen langen Ton. Ich bin mir sicher, jetzt kommt er. Was sagst du? Was sagst du? Nicht schlecht. Aber ich habe ihn nicht gehört, du. Ich höre ihn. Alter. Das ist gut, dann könnt ihr Nico jagen, aber schaffen wir es trotzdem nicht mehr in einer Minute. Ich habe ihn gerade gefragt, ob er euch, ob er Arschloch zu euch auf Chinese schlagen kann. Dann sagt er Nini, dass er unruhig ist. No shit, stell dir vor. Die Chinesen, die haben es halt drauf, weißt du? Kannst du ihn ruhig übersetzen. Biss in den Tod. So, jetzt lassen wir mal deinen Chinesen aus dem Spiel, weil sonst muss ich die Folge noch deinen Chinesen nennen. Da habe ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf. Ich habe was, ich habe was. Nope. Toten verrennt. Yes. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich habe da festgesteckt. Ich habe da festgesteckt und konnte dann nicht weg. Und drei von euch sind an mir vorbeigelaufen. Oh, Bene. Nice. Aber ich habe dich da doch gemerkt. Ja, jetzt auch noch. Nice. Ja, ich hoffe, der Bene torntet auch fleißig und fair. Ja, ja. Aber ich habe noch nichts gehört, um ehrlich zu sein. Ganz oft. Noch nicht einen von euch, ohne Scheiß. Also entweder ist das bei mir verpackt oder genau. Oder du hast irgendwie gehört, dass ich... Nee, nee, läuft schon. Hm. Ja, leck mich das denn, Verstecke hier. Ich habe jetzt schon zwei Verstecke fürs nächste Mal gefunden. Ganz gut, dass ich so halb durchsichtig bin. Ah, er hat die Flasche. Ja, das ist klar, aber... Wo? Wo? Du bist wahrscheinlich in the shrubbery. Ja. Du kriegst bloß wo in the shrubbery. Ich finde nicht mal ungefähr, wo ich bin. Oh, scheiße. Nee, echt. Ich höre dich nirgends taunten. Das ist so schlimm. Ich habe gerade irgendwas gehört, aber ich konnte nicht... ...sagen. Da war ich die ganze Zeit. Er ist irgendwo hier vorne in der Ecke. Absolut. Ja, jetzt hat er gewonnen. Ja, Alter. Jetzt bin ich so rausgekommen und die seht mich nicht. Hallo. Hallo. Er ist an dir vorbeigelaufen. Peppy, du bist richtig kacke. Peppy, du bist scheiße. Hey, der Peppy, der hat letzte Runde für uns die Runde gewonnen, okay? Der ist zwischen den Beinen durchgelaufen. Jetzt hier, wir wollten uns doch zusammen verstecken. Mitkommen. Ja, klar, klar. Ich habe mir nur schnell einen Prop ausgesucht. Was? Los, los. Komm. Lauf. Lauf, Peppy, du volle Junge. Wir sind in der ganzen Innenausstattung. Jetzt wach endlich, Peppy. Hör auf, wir aufs Spannen. Komm mit. Ich muss sagen, dieser Satz, ich habe mir schnell einen Prop ausgesucht. Passt hier auf der Map schon gar nicht. Alter, ich habe schon 30 Sekunden gesucht. Wir laufen mir entgegen. Wir laufen mir entgegen. Du bist so ein Dummkopf. Warum läufst du nicht in die Gegend? Wo bist du? Ich färze mich da irgendwo hingestellt. Und wir stehen jetzt dumm da, oder was? Acker, ich bleibe jetzt hier stehen. Ich komme mit Peppy mit, aber nur ausnahmsweise. Ich komme mit Peppy mit, du. Hol den Verstecker und dann lass uns hinstellen, weil... Ah, wo bist du? Ich habe dich verloren. Ist dieses Hundlebellen auch ein Thorn? Peppy, ich habe dich verloren, wo bist du? Das ist die Karte. Ach, da. Ja, okay. Das ist mein Hund, der sucht euch alle. Ich sehe dich immer noch nicht, aber scheiß drauf. Ich stelle mich jetzt hin. Aber sei mal leise, ich kann die Thorns gleich schreien. Allo, Mann, Fresse halten. Alle. Peppy, mach mal so, einmal taunte ich, einmal tauntest du. Ja, hast du was gegen meinen Taunt? Auf der ganzen Map, das ist auch Peppys Taunt, das ist es ja. Der meint in den Tellen. Ah, der tut weh. Aber weißt du jetzt, wo ich bin? Ja, so ungefähr halt. Du bist wahrscheinlich hinter dem Teil da. Bist du eins von denen. Also du passt ungefähr auch noch in die Umgebung, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Bin ich zu nah an der Wand? Nee, alles super. Okay. Warte. Achso, ich wollte drantauen. Das war der Beste. Yeah, Raver Party. Hey, ich hab sogar zwei in den. Immer leise, immer leise. Ah, er schießt hat mich. Es hat mich gesehen. Oh Gott. Hör auf. Oh Gott. Oh Gott, das wird geil. Boah, wie fucking schnell du auch rennst, ey. Ah, shit. Junge, das hat weh getan. Hier ist überall ein Blut. No shit, bro. Ich hätte weiterlaufen sollen. Wo ist der andere? Ja, aber Peppy ist voll gut gelaufen, weißt du? Ich, ich, ja. Ich frag mich grad, bist du da einmal ganz rumgelaufen, was vorhin? Ich bin da einmal rumgelaufen und bin da hinter dem anderen gewesen. Ist ja krass. So fantastisch. Weißt du, was ich grad geguckt hab? Ich hab sogar zwei Leben mit dem Teil. Ich will ja nicht ghosten, aber Beato, geh ein bisschen weiter nach links. Warum? Links? Was? In welche Richtung links? Die link? Weg von dem Ding. Das richtige Ding. Irgendwer vorher fährt hier. Achso, nee, du bist ja wieder, achso. Ja, ich hab mich vertan, passt schon. Ich höre keine Tore. Fuck her. Ah, das hab ich nicht gesehen. Ist das witzig, dass ich deinen Arm angezeigt hab? Ja, das ist in Ordnung. Ja, weil er hat sich bewegt zu dem Zeitpunkt. Ich hab nicht gewusst, dass ihr so nah dran seid. Schade. Guck mal ich noch kurz um. Ja, ist jetzt egal. Ich würd mir unumgucken, Taunten. Eventuell ein neues Versteck suchen, aber trotzdem taunten, weißt du? Uh, nice. Nice, Peppy, nice. Hm. Auf jeden, Peppy ist voll klasse. War diese klassische Lautenmusik irgendwie, Karte oder Taunt? Mama, ich nehm gerade auf. Das ist die fucking Karte. Ich kann jetzt ran, ich komm danach gleich zu viel. Ey, das ist voll irritierend. Ich denk die ganze Zeit, das ist in dieser Schiene. Ich kann danach, oh Mann. Warte. War diese Rune schon nach vorher da? Spiel. Spiel. Ja, Peppy, ich hab aber noch kein Taunt gehört von dir. Ich hab schon zwei gemacht. Boah, dieses Drecksprogramm, hey. Ich sag's, der Peppy, such dir lieber ein anderes Versteck, ganz ehrlich. Am besten eins ein bisschen weiter weg. Aber ansonsten. Immer noch nice. Taunten mal, ich hör gar nichts. Dauert taunten. Erst Minute, eine Minute. Stimmt. Am besten durchgehend laufen. Ich meine, dann holen sie dich wahrscheinlich nicht mal mehr ein, weißt du? Jo, jetzt taunen sie mal. Ja, ich drück F3 erst passiert. Ja, ja, der ist bei mir hier in dem Hinteren irgendwo. Du, das ist ja aber auch entspannt. Boah, Alter, das ist hier mega verwinkelt alles. Mega da unten irgendwo. Wettner, hier. Der Platz, Peppy, der Platz. Negative, Alter. So, ich beobachte aus einer anderen Position, weil ich ein bisschen näher an der Gitarre sitze. Als ich die zwei mal miteinander den selben taunt. Ich hörte keinen einzigen taunt, was? Ab ihn. Lauf! Lauf! Lauf, 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 lauf! Zick, zack! Nein! Nein! Ich sag's dir, jetzt wirst du ihn weiter weg verstecken müssen. Ja, ich weiß. Aber war nice. War echt nice. Ach, ich will auf die schnellen taunt, versteckt zu sitzen. Ich will das gleiche Prop nehmen, was? Oh, Mann. Aha. Du Arsch. Sekunden zu spät, aber geiler Schuss war's trotzdem. So, komm mit.